Hallo liebe Mixer und Smoothie Freunde. Heute stelle ich euch den Mixer WMF KULT POWER PRO vor. Dieser Mixer mixt mit 24.000 Umdrehungen und hat 1400 Watt. Der Mixer sieht sehr sehr edel aus, hat eine Chromorgangeschichtung, ein beleuchtetes Display und einen sehr stabilen Glasgrund. Ich habe jetzt mal hier so eine Mixtur aus Mango, Zitrone, Apfelsine, Ananas, Avocado mit Kern, Äpfel, Kiwis und Feigen und Äpfel zusammengestellt. Und dann gucken wir uns mal das Ergebnis an. Also der Smoothie sieht lecker aus. Man kann den auch gut trinken. Man hat also jetzt hier unten gut zu erkennen, einmal die Smoothie Taste, dann habe ich die Intervall Taste, die ist zum Reinigen gedacht und ich habe die Eisgrosch Taste zum Zerkleitern von Eis. Ich kann dann hier noch mit dem Regler eine normale manuelle Einstellung einstellen. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn der Krug drauf ist. Und positiv hervorzuheben ist auch diese Beleuchtung. Der hat also jetzt hier ein schön beleuchtetes Display. Eine Sicherheitsabschaltung ist auch dabei. Ich muss also immer die Taste gedrückt halten, drei Sekunden bevor der Mixer eigentlich startet und der Mix Group muss eingesetzt werden. Das war der Test des WM Pro Power Mixers. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.